Ohne Ziel läufst du durch die Straßen, durch die Nacht kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich. Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand? Um dich rum, lachende Gesichter. Du lachst mit, der letzte lässt das Licht an. Die Welt ist laut und dein Herz ist taub. Du hast gehofft, dass eins von eins gleich zwei ist und irgendwann, irgendwer dabei ist, der mit dir spricht und keine Worte braucht. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich. Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand, wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Denn hinter jeder neuen Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme, die Stimme in dir sagt. Da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt. Immer wenn du es am meisten brauchst, dann ist da jemand, ist da jemand. Da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt. Immer wenn du es am meisten brauchst, dann ist da jemand, ist da jemand. Dann ist da jemand, ist da jemand. Dann ist da jemand, ist da jemand. Dann ist da jemand, der Gen descend bin. Dann ist da jemand, der Geist wird sein, der Geist fühlt. Untertitelung des ZDF, 2020